Finde ich schon mal gut. Speere sind uncool, dann lieber eine Parkbank. Ich weiß nicht, ob die eine Parkbank hier rumschwingen möchte. Oho, wie geil sie ist, ey. Ja, aber cool. Das stimmt. Würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Oi. Hey, was das sie im Moment getan hat? Oh, nein! Ich weiß, warum in dieser Stelle wundern? Was ist diese Hände? Das ist's schwierig. Was ist, was da geht? Ich habe mich nicht sofort anФination. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Jetzt, wenn ich erwürde. Ich meine, hier sind ja auch so Tische und Stühle und alles. Also, why not? Nein, ich werde an einer anderen Stelle gebraucht. Ja, eine andere Stelle wird gebraucht. Keine Willkür. Spirituelle Konzentration anwenden. Welche Stelle? Ja. Genau die. An der Stelle. Ja, hier. Ich hasse diese Wegbeschreibungen. Wo ist der Gegner? Ja, da vorne. Ja, wo? Na da. Das regt mich jedes Mal auf, ne? Jedes Mal. Vor allem übernimmt man diese Scheiße dann auch noch. Gleiche drüben. Na dort. Also, was hier ist? Ja, so würde ich den Weg zu meinem Versteck beschreiben. Sehr gut. Das ist aber ein langer Speer. Holy moly. Ich sag heute ist ein sehr seltsamer Montag. Oh, was gibt's denn da schönes? Gut. Oh, was gibt's denn da? Äh... Äh... Mann, Santa! Äh... Das war's für heute. Okay, ich dachte, der lebt noch, das sah gerade so komisch aus. Monster Hunter, hackt man den Drachen die Schwänze ab. Eis, ja, oder? Der ist ohne rot zu werden. Und den Schweif, ja und den Schweif. Ja, oder? 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 Ja. Oh, das ist seelenbar! Das war's für heute. Da oben gibt es eine Mission irgendwo. Aufs Sofa wechseln. Mach das, mach das. Ich habe momentan keine Motivation zu Sunbreak. Ich habe nochmal ein Santa Sunbreak gespielt, habe das jetzt doppelt gefüllt. Sehr gut, Schau. Es sieht so aus, als könntet ihr mich sehen. Einst war ich ein Fürst dieses Landes. Diese Zeit ist schon eine Weile vorbei, aber aus irgendeinem Grund bringe ich es nicht über mich zu gehen. Ich mache mir Sorgen um mein Reich, mein Volk. Würdet ihr mir helfen? Würdet ihr mir zur Siedlung meine Leute bringen? Oh, mein geliebtes Land wurde freigeschaltet. Sock nur diese blöde Blume. Da ist er. Es wird schon gut gehen. Alles wird gut gehen. Ich habe jetzt den Ring und das ist alles, was zählt. Gut, noch einmal. Hanna, würdest du mir die Ehre erweisen mein Leben verdammt wieder vermasselt? Er kackt. Die blöde Blume. Habe ich es aber. Jetzt habe ich die doofe Blume. Jetzt kann ich auch direkt wieder hier rüber. Wobei, ich gucke mal, ob da noch irgendwas ist an Kisten oder so. Da ist sogar noch eine Tatsache. Kann sich das auch selbst anzünden. Nee. Dafür bin ich viel zu leidenschaftlich. Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle. Oh Gott. Genauso schlecht wie mein Witz eben. Genauso das gleiche Niveau. Werft sich zu Boden. Das war ein Witz. Ja. Ein sehr miese. Pipi-Flow. Erhöht vorübergehend deine physischen Angriff. Oh wow. Meter rückliche Schatz. Kann ich das jetzt nicht einsammeln? Gehen. So eine Scheiße. Meddling. BING! der sperr ist echt langsam ja mag ich nicht so nicht wirklich schaden ich meine ich muss den zwar auch leveln aber gerade sehr unnütz für die kämpfe hier treffen sich zur kerze sagte eine kerze zur anderen gehen wir heute aus der witz war ja er brennt sklaven lumpen da habt ihr euren lumpen eins von ciphers seelen relikten in den lumpen die der keller chat auch trägt die in seinem leben als sklave trug hallo jacqueline wunderschönen guten abend findet man einen ekligen hocker oh wow barhooker wow valchiri da handel anna 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 so anna a anna 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 Alles klar, Flo. Schlaf schön. Danke, dass du da warst. Und Flo kriegt noch Schläge. Weil du jetzt ins Bett gehst. Die Nachtschläge. Okay, für nur, dass du schneller einschlägst. Ein Vampir in der Verkehrskontrolle von... Ja, zwei Radler. Okay, der ist gut. So geht's natürlich auch. Ja, ich helfe dir nur. Für dein Wohlbefinden. Du musst auf die Schläfe ziehen, Lisa. Ich weiß. Was macht das jetzt? Da war doch grad ne Blume, oder? Da ist ne Blume. Wie komm ich da hin? Blume. Ja, Stefan, das ist jetzt Karma, ne? Das ist jetzt die Karma-Schelle. Hehehehe. Man sagt, dass die Götter die Seelen der tapferen Krieger ehren. Hehehehe. Indel sie für sich kämpfen lassen. Also fürchtet den Tod nicht, tapfere Soldaten. Fürchtet euch nur vor der Feigheit. Ihr müsst bis zum letzten Atemzug tapfener kämpfen. Den ist gut. Du bist auf digital oder kauf am Ende drauf. Er macht nicht nur vor dem Schläfe, dass du mit dem Schraub. Sätten, wenn du mit dem Schraub und Bioden warst. Wie heißt das, wenn du mit dem Schraub. Es gibt auch hier auch mal darüber. Wenn du mit dem Schraub hast, dann bist du bei euch. Der ist leicht. Wenn ich noch mehr lachen muss, würde ich anfangen zu lächeln. Oh Gott. Oh Scheiße. Solange nicht mein Arbeitskollege einer reinhaut, der kann das komplett zer- äh, das geht er komplett zer- äh, das geht er komplett zer- trommel mit einem Schlag. Das wäre auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Und auch nicht gesund. Die Legende zufolge besitzt Allvater Odin, obwohl er das Oberhaupt aller Götter ist. Eine erstaunlich menschliche Seite. Er hat eine Schwäche für Alkohol und Frauen und man sagt, dass er in der Gestalt eines alten Mannes, eines Bauers oder eines Bootsmanns herabsteigt, um jede Frau, die er besonders schön findet, zu umwerben. Hihi. Vielleicht hat er mich ja auch schon besucht. Aber wieso vielleicht, das müsste sie doch wissen. Dann war Odin aber nicht so gut. Ich will mal etwas zum Lur Code Vein zocken. Oh, viel Spaß bei Code Vein. Lauf alle. Woah, Jacqueline, 99 Prozent. Wow. Die 99 kommt selten vor. Also, wow. Boot up. Jacqueline liebt uns alle. Und Stefan hasst uns alle. Ja, ja, ich merke schon Stefan. So viel Hass hier. Macht Gebühren. Hass Gebühren. Ich habe euch alle lieb. Ja, das merkt man. Die Zahl ist schon beeindruckend. Ich bin der Teufel-Lauf. Ich bin der Teufel im Kschluss. Kannst du mich wenn er nicht so gut für sich? Ja, das ist schnell. Das ist schwer. Ich bin der Teufel. Ich bin der Teufel. Gehe auf, Schwer. Die Begrüßung mehr. Da, ich bin der Teufel. Seitdem doch Comes. Ja, ich bin der Teufel. Alles gut. Viel Spaß. Ich bin der Teufel der Teufel. Ich bin der Teufel-Eufel. mit alle 70 prozent ich drehe komplett durch hat 45 kameramann macht keine mittagspause ich sehe schon so viel hass so viel gebühren für euch was soll jetzt auch noch weiter aber ich glaube ich muss hier noch gar nicht hin 13 prozent der bot kommt nicht hinterher ja der hat eine sekunde cool da und ein bisschen die sekunde war einfach ist die cool dann dann ich habe solches glück oben in der burg als soldat angenommen worden zu sein in der königlichen hauptstadt herrscht vollkommener frieden darum habe ich noch kein tag des kämpfens gesehen ich sitze einfach rum und erhalte meinen gratis mahlzeiten hat den göttern sei dank das wird so dass wir in so herrlichen zeiten leben ist ja nicht so dass kriege nicht schnell wieder ausbrechen weil man mehr kuchen vom land kuchen wo er sei in meinem bett eine riesen erdbeertorte nur für dich ach ich muss doch dahin na dann war ich ja sogar auf dem richtigen weg er ist das kuchen ja er ist es ist er ist dort so Ate alle! Ja, haß! Kommt ihr sogar hoch, okay. Cool. Bist du etwa erstes Erdbeer-Törtchen? Ja. Oh, Hardtran. Lass uns noch mal üben. Ich glaube, Chloé muss noch mehr Hass verteilen. Uaah! Oh Gott, fast runtergefallen. So, wie komme ich jetzt da rüber? So auf die andere Seite. Da komme ich aber nur von... Ähm, okay. Okay. Wie ist das? Okay, guck mal. Sag mal! Es sind sogar zwei Blumen, okay. Bitsch, Bitsch, Platsch, ja. Sie war in Juvia. Oh Gott. Hey du, warte mal. Du scheinst ganz schön stark zu sein. Wenn du jemanden suchst, dann probiere es da drüben. Oh, da drüben. Wenn du jemanden besuchst, komm hier entlang. So, jetzt habe ich dich reichlich geholfen. Nun, gib mir meine... Was? Gib mir meinen Heller. Na da. Oh nein. Was ist denn das für eine Scheiße? Geh da drüben hin oder hier lang? Was? Wo? Was? Eins und Cyphers Seenrelikten ähnelt ein paar Ohrringen, das in seinen früheren Leben getragen hat. Ein Heller ist übrigens eine Münze. Drüben ist das dort von woanders. Wegelagerer, Banditen, Mörder. In dieser Welt gibt es sie alle und noch viel Schlimmeres. Sie sagen, dass sie nur versuchen, über die Runden zu kommen. Aber ich sage, dass dies das Ende der Zeit sein muss, wenn Menschen zu solchen Mitteln greifen, nur um zu überleben. Aber sie einfach ins Gefängnis zu stecken, ist wiederum auch keine Lösung. Doch eigentlich schon. Weil dann können sie andere nicht mehr ermorden und sonstiges. Oder? Gut! Oh nein. Flitsch, Flitsch, Platsch, ist wieder da. Wie, der Augen an der Seite. Ist ja schon wieder dicht. Alter, was die für einen Schaden machen. Ich habe die Vorilung gegründet. So, ich nehme nur die E-Spiegel umge. Okay, ich bin wieder taub. Wie riesig ist das hier bitte? Wo muss ich überhaupt lang? Ist sogar der Weg, okay. Ich höre nur gestöhnt und gekreiche, Musik und zwischendurch sagt wie sowas. Das erklärt es eigentlich ganz gut. Aber für verbessern kann ich leider nicht. Ich brauche Rubinrotes Juwel, ich könnte den Speer verbessern, boah der ist aber echt kack. Boah, der ist so langsam. Nur, nun, es klingt so aus deiner Sicht, als wenn Liz in ein Porno schaut. Psch. Ist nicht Twitch-konform, ne? Müssen wir doch geheim halten. Ich seh nur, wie Liz was sagt, aber nix hören. Trash stinkt hartnommen, Magie. Ein Schlüssel für den Boteneingang des Etiliano-Palasts. Ja, Tentakeln und was ist das hier? Ah, ne böses. Das böses im Busch. Oh, naja, natürlich. Äh, nicht. Oh, ich weiß nicht selbst. Das war's für mich. So, das kann ich nicht öffnen, also muss ich hier nach. Vielen Dank.